Herzlich Willkommen, mein Name ist Ben. Vor allem sehen wir uns wieder. Heute gibt es Grünkenkugel mit Barbecue-Sauce. So, machen wir jetzt anfangen. Das geschlotten Grünken habe ich schon geguckt. Also das Mais aus dem Glas ein bisschen hacken. Alle zusammen im Süße geben. Das linke Familienmehl. Weiter Kartoffelsteak auch dazu. Ein bisschen Tomatenmark. Weiter noch ein bisschen Senf. Und alle Hefe. Tamari. Oh, muss ich neu kaufen, kann ich nicht mehr. Weiter ein bisschen Paprika. Weiter ein bisschen Oregano. Alles zusammen geben. Noch Petteri. Weiter noch ein bisschen Satz. Und Schwarzpfeffer. Jetzt geben wir ein bisschen Öl in die Pfanne. Die sind jetzt ganz einfach alle zusammen vermengen. Mit einer fröhlichen Hand machen die Kugel besser. So, nicht so groß, nicht so klein. So groß wie eine Walnut. Also fertig. Circa 6 bis 8 Minuten. Klusprick am Rappen. Also Gunkeng Kugel ist fertig. So, jetzt muss ich probieren. Barbecue Sauce habe ich schon gemacht. Wenn du interessiert, kannst du ihn in unserer Website schauen. Oder in einem anderen Video. Das ist eine sehr lecker Vorspeise. Zusammen mit Barbecue Sauce. Super lecker. Also probieren wir das. Vielen Dank, die Zuschauer. Bis nächstes Mal. Tö거en von unten. Töckenden Praken. tutor. Vielens. ço deplchn admitted. z Okay. Wir können wieder entfernen kannst.